Heyo Leute, ich bin's PureLifeLP und willkommen zurück zu Dead Space und wir legen auch sofort los. Und ich will nur erinnern, yeah, wir haben Anzug Level 4. So, wir fahren jetzt auch direkt den Fahrstuhl hier nach oben, denn ich hatte ja schon im Infovideo gesagt, dass ich einen kleinen Fail hatte mit dem Hochladen. Wo ist es hier? Äh, nicht mit dem Hochladen, sondern mit dem Speicherpunkt hier. Komische Geschichte. Absch. Oh, Steuerung. Schlüssel benutzen. So, wir gehen da jetzt erstmal rein. Na komm schon, mach auf. Wow. Der lebt sicher nicht mehr. Ein Energieknoten, yeah. So, den nehmen wir auch gleich mal mit. Was hat sich geöffnet? Achso. Na los, komm her, öffne dich. Munition, können wir alles gebrauchen, das ist auf jeden Fall cool. So, Sender haben wir natürlich alles angebracht, das ist gut. Alles kaputt gemacht, die Leute, keiner lebt hier, perfekt. Oh, ich fand das so cool, das 3D-mäßige, auf jeden Fall. So. Aufgabe erfüllt. Hä? Ach. 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 Du Scheiße. Leute, hier kommen gleich Monster. Fuck. Schnell nachladen. Und wo kommt das nächste? Oh Gott. Ah. Gott, piss dich. Gut, 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 gut. Das wollte ich immer mal ausprobieren. Oh Gott, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, komm her. Ah. Okay, Bein ab und Arm ab. Noch eins. Boah. Endlich. Schock meines Lebens, Leute, Leute. Haben die keine Sachen mehr gedroppt? Ey, das ist ja mal low. So, die Kugel ist weg, was mich ja wundert. So, die Dinger sind ja da befestigt, darum funktionieren die. Ja, nix wundert mich. So. Wir haben den Sender abgesendet, damit wir von anderen Schiffen Hilfe bekommen. Oder dass die unseren Sender finden oder sonst irgendwas. So, wir fahren erstmal runter. Und fahren sofort zur Brücke. Vielleicht lebt ja noch unser Kumpel. Au, unser Anzug ist ja gerissen. Ja, so sieht's aus. Müssen wir uns einen neuen kaufen. So, Sp... Wow, wohin rennst du? Warum rennst du automatisch? Ey, bleib mal stehen, nicht gleich ins Feuer rennen. Wow, 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 wow. The fuck it. Schnell im Fahrstuhl und nach oben. So. Ab nach oben. Äh. Hä? Ich höre Geräusche. Ah! Wow. Ach du. Warum genau vor meiner... Ach du, Kacke. Los. Nächster, los. Was, kommt keiner mehr? Wo ist der Ausgang? Okay. Ach du, Kacke. Irgendwas bewegt sich hier. Ach du, Kacke. Was ist das? Was ist das? The... Fuck. Wow, da ist noch eins. Komm doch mal her. Sind die noch mehr von denen? Hallo? Hallo? Ne. Nichts mehr da. So, wir gehen erstmal zur Werkbank. Weil wir ja einen Energieknoten haben. Vielleicht haben wir ja sogar zwei schon. Plasma Cutter. Zwei Energieknoten, cool. Das ist cool. Auf jeden Fall Impulsgewehr. Ich upgrade den Plasma Cutter. Und zwar... Auf Kapazität... Und Schaden. Auf jeden Fall. Und dann gucke ich gleich mal im Inventar, was wir noch alles haben. Na los, drehe dich um. Und zwar brauche ich... Oha, fast keine Munition mehr. Ich brauche auf jeden Fall Munition, Leute. So. Zum Glück ist hier auch gleich ein Job. Inventar, Shop, Inventar, Medipack-Mittel behalten wir. Halbglätter brauchen wir nicht. Können wir verkaufen. Stase-Pack können wir auch verkaufen. Eins behalte ich aber. Im Safe haben wir nix. So. Und jetzt Impulsprojektile. Ja, okay. Aber Plasma-Energie auch sehr wichtig. So. Jetzt sollten wir von allem ganz schön viel haben. Ich muss mich mal kurz rausziehen. Genau. So. 25, 17. Wir haben noch eine unnötige Munition. Was ist denn das? Im Inventar haben wir noch irgendwas? Impulsprojekt? Nein. Hä? Energie. Da, Laser-Kanone. Das brauchen wir gar nicht. Und dafür kaufen wir uns dann nochmal Munition für Plasma-Energie. Genau. Jetzt haben wir gar nichts mehr und sind pleite. Jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Monsters killen, um wieder Money zu bekommen. So. Keiner hier? Keiner hier. Hallo? Ah. Oh, schade. Ich dachte noch einen Energieknoten, aber hatten wir schon. Hä? Wo geht's hier raus? Achso. So. Und wir sind an unserer Monorail-Station. Ja. Und gehen auch sofort rein und fahren. Zur Brücke. Kapitel 7 geschafft. Kapitel 7 ist Lehre abgeschlossen. Yeah. Freut mich auf jeden Fall. Jetzt können wir endlich in Kapitel, erfolgreich in Kapitel 8, wir speichern erstmal nicht ab. Kann ja eh nichts passieren. Setzen Sie Kineser ein, um Körperteile Ihrer Feinde zu ergreifen und sie wird. Und sie wird. Mist, ich konnte nichts zu Ende retten. Dort lesen, dort. Dort stand noch etwas mit Waffen. Suchen und retten, heißt diese Mission. Finden Sie Schemata, um neue Waffen und Gegenstände im Shop zu kaufen. Okay. Das wissen wir ja schon. Oh, dort stand irgendein Tipp. Irgendwie. Körperteile als Waffe benutzen? Hä? Okay. Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Ersatzziel. Einsatzziel. Ersatzziel. Hä? Ja, das können wir ja öffnen, wenn wir in die Map gehen und dann eh können wir ja aussuchen, was wir machen sollen. Genau. Aber jetzt erstmal zur Brücke los. Lade schneller. Setzen Sie Energie. Ja, toll. Lass mich nicht zu Ende lesen. So, umdrehen. Na, komm. Wegt dich. Es scheint aufwärts zu gehen. Garde ist ein Militärschiff aufgetaucht. Die USM Baylor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit Ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Ja, ein Militärschiff. Das sind sehr gute Nachrichten. Ein Militärschiff, die holen uns sicher hier raus. Dort gibt es so viele Leute, da werden die Monster erstmal alle weggenetzt. So, erstmal sammeln wir hier Strahl-Munition. Brauche ich doch gar nicht. Egal. So, hier haben wir unser Loch. Mal reingucken. Wow. Wow. Alter. Was ist denn der Monster? Da hat sich was bewegt. Nein, das habe ich mir nur vorgestellt. Alter. Oh, ich wette, hier ist wieder so ein fettes Monster drin. Und ich habe kein Geld. Bringen wir nicht mal, um das in den Shop zu gehen. Welche Waffe benutzen wir als erstes? Wenn noch etwas ist. Was haben wir am meisten? Ach, du scheiße, Leute. Ich habe zwei von den Teilen. Doch, vielleicht können wir noch ein wenig Munition kaufen. Immer nicht ohne Munition reingehen. Und wir haben... Was haben wir noch? Mittel- und Strahl-Munition kostet 1000. Okay. Ach, zusammen kosten die nur 1000. Oh, das bringt mir ja gar nichts. Energiekanonen, das bringt mir ja wirklich nichts. Luftkanister, was soll ich mit Luftkanister? Soll ich gegen die werfen, oder was? Naja, rein da, ne? Da haben wir schon irgendwie schon... Hier ist gar keiner. Naja. Dann holen... Oh, hier ist... Bäh! Ihhh. Was ist das? Ach. What the fuck? Kacke, kacke. Uah! Verreckt. Ach, du scheiße, Leute. Uah! Ah! Oh Gott. Boah, sei ruhig, ey. Sei bloß ruhig. Ah, mein... Mein Kopfhörer rutscht mir aus dem Ohr. Uah! Ah, die schlagen ja mit ihrem Ding, um mich wegzunetzen. Schnell hier ein wenig Medipack schlucken. Nein, was machst du? Du sollst doch nicht schlagen. Boah, ist der dumm, ey. Komm schon, jetzt rennen. Wir haben kein Medipack mehr. Ey, jetzt sind wir noch tot, ey. Und da fliegen unsere Körperteile noch... Guck mal, was da hinten steht noch alles. Alter, Falter. Ach, du Scheiße. Jetzt sind wir noch gestorben. Es kommt gar nicht gut. Mann, ey. Ich sterbe nur bei Dead Space. Ich würde ja gar nicht wissen, wie Dead Space 2 ist. Aber ich habe gehört, dass Dead Space 2 auf jeden Fall... ...nicht mehr so hart sein soll wie Dead Space 1. Dass Dead Space 2 sich mehr dann... ...auf die Geschichte konzentriert... ...und nicht mehr so auf Horrorstehen. Werde ich ja alles eh... ...miterleben. Jo. So, ich will jetzt nur, dass die Ladezeit jetzt etwas schneller vorbeigeht. Damit ich auch diese... ...Monster alle umbringen kann, Mann. Ich hasse es zu sterben in Let's Plays. Macht gar keinen Spaß. Zerstören Sie Sicherung und Schiffssysteme? Zu... Um... Was? Hä? Zerstören Sie... Okay, egal. So. Wir haben eh kein Nix zum Verkaufen, Kaufen oder sonst was. Rein da. Dann benutzen wir am besten die Waffe und zwar so. So. Oh, da können wir noch was öffnen. Schnell. Ja, Mann. Medipack. Okay, da ist einer. Da ist einer. So. So, zwei sind schon mal vom Fenster. Na, komm her, mein Kumpel. Komm her. Okay, alle beide sind weg. Munition aufheben. Auf jeden Fall als erstes. Da kam auf jeden Fall... Ach du Kacke, 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 ach du Kacke. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. Komm her. Nein, daneben. Du lebst noch. Können wir überhaupt noch etwas antun? So, jetzt bist du aber tot. Den Wabbel lassen wir da liegen. Vielleicht bringt er mir ja etwas. Alter. Alter, gib, Alter. So, alle tot. Aber da stand doch in dem Tor... Renn. Renn, 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 renn. So. So. Da, seht ihr? Hä, das hat sich selber geöffnet? Das Ding hat das geöffnet. Auf jeden Fall, ey. So. Wird der Quarantäne-Modus auch mal aufgehoben? Ach du Kacke. Ah. Da ist ein Vieh. Mann, stirb jetzt. Bist du tot? Ja, es ist tot. Hallo, noch etwas? Ich will aber nicht Munition aufheben. Da, da. Ach du Kacke, 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 lass mich. Antenne aufgehoben. Puh, Leute, Leute, Alter, ist das ein Kampf gewesen. Zum Glück waren das jetzt auch nicht allzu viele. Sonst würde ich noch zweites Mal, drittes, viertes, fünftes Mal sterben. Und darauf hätte ich keine Lust mehr. So Ripper-Kling. Warum geben die uns immer so Munition, die wir gar nicht brauchen, Mann? Oder wollen die mir damit sagen, kauf diese Waffe. Diese Waffe ist im Angebot, kauf sie dir. Vielleicht ist sie ja gut. Ripper-Klinge. Uh. Richtig behindert. Ich will die Klinge nicht. Ich will einfach meine Munition zu den Waffen, die ich zur Zeit habe. Was ist daran? Hä, was ist daran? Ist schwer zu merken. Ah, jetzt will ich aber erstmal... Ah, nee, erstmal gucken wir uns noch ein wenig um, damit wir nichts vergessen. Da haben wir noch einen Blutfleck, den können wir nicht mitnehmen. Ähm, ob unser Kumpel noch lebt. Der sollte ja eigentlich hier noch oben sein. Also, vorne, im Deck. Gehe ich auf jeden Fall jetzt mal schnell nachgucken. Der sollte ja theoretisch noch leben. Ey, was... Wie läufst du? So, jetzt hier runter. Perfekt. Cockpit des Kapitäns. So, rein da. Hä? Warum kann ich nicht rein? Lol. Hä? Hä? Hallo? Ich will da rein. Ich kann da runter gucken, aber das bringt mir nicht viel. Nur nicht mal runter gucken kann ich richtig. Ich will da runter. Naja, dann lebt er ganz bestimmt wahrscheinlich noch, wenn er das... Dann hat er sich eingeschlossen. Der lebt sicher noch. Ich höre Stimmen. Naja, egal Leute, ne? Machen wir hier Schluss, ne? Boah, ich hoffe der Part war jetzt nicht allzu lang, aber ich habe eh keine Einschätzung. Es ging es da vom grünen Sonster Zeitgefühl oder wie das auch immer heißt. Ich bin Speerlife LP. Euer Auftragsgeber. Ich hoffe der Part hat euch gefallen, wenn er euch gefallen hat. Einfach mal Daumen nach oben. Wenn nicht, dann kommentiert, was ich besser machen kann. Hilft immer weiter. Oder schreibt es mir per PN, wenn ihr es nicht in die Kommentare schreiben wollt. Das ist auch auf jeden Fall sehr nützlich. Jo, und ich hoffe man sieht sich zum nächsten... Man sieht sich nächstes Mal. Ja, tschüssi.